Jason Stadtham und Rosi heiraten an Silvester Jason Stadtham und Rosi Huntington-Gietel werden sich endlich trauen. Seit zwei Jahren sind der Aktion Schauspieler und das Model bereits verlobt. Eigentlich wollte das Paar sich bereits im vergangenen Jahr das Ja-Wort geben – doch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack im Juni 2017 brachte ihre Pläne durcheinander. Nun steht der nächste Termin endlich fest, Jason und Rosi werden in wenigen Monaten heiraten. Das berichtete das Online-Magazin MyOnSundEye. Für das romantische Event, das auf ihrem Anwesen in den Hollywood Hills stattfinden soll, haben der Filmstar und die Beauti sich ein ganz besonderes Datum ausgesucht – Rosi und Jason werden um 31. Dezember vor den Traualtar treten und somit eine Silvester-Hochzeit feiern. Wie viele Gäste genau die Turteltauben an der Zeremonie teilhaben lassen wollen, ist noch nicht bekannt. Es soll aber eine ziemlich große Sause werden. Mit ihrer Heirat setzen Jason und Rosi ihrer achtjährigen Beziehung nun die Krone auf. Wie das Victoria's Secret-Model kürzlich verriet, macht das Familienleben sie superpapier – auch wenn sie seit Jaks Geburt in ihrem Job nun oft kürzer treten und Kompromisse eingehen muss. Auf Wiedersehen!